Diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. September 2013 bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung befindet sich im Rhein-Sieg-Kreis. Die Immobilie wurde 1980 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über zwei Außenparkplätze, ein Badezimmer sowie zwei Schlafzimmer. Bei einer Wohnfläche von ca. 95 Quadratmetern beläuft sich die Warnmiete dieser Etagenwohnung auf 650 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.